Jetzt noch ein bisschen schneller, ein bisschen funky, funky! Ich hab jetzt auch nach Hause und geh so hoch zum... Ich bin fast, was ich bin fast, was ich bin fast... Und jetzt wollen wir die Frauen hören 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 Ist hier zu spät? Das ist jetzt noch zu spät Noch spät, das ist noch zu spät Das ist so gut wie gar nicht Das händelst am nächsten Tag Das Team, das war custom Also Mädels Sie warten bis ins Spiel und viel zu leise. Wo sind die Frauen? Da kommen wir schon in die richtige Richtung. Mädels, die Leute brauchen wir nicht viel. Wir brauchen einen einzigen Ton. Es ist ein sehr hoher Ton. Wir brauchen ihn sehr laut und schrill. Wenn ihr wisst, welcher Ton machen die Jungs ganz kurz vor. Es geht um diesen Ton. Und zwar auf mein Zeichen. Achtung zusammen. Girls singen hallelujah. Girls singen hallelujah. Girls singen hallelujah. Girls singen hallelujah. All right. Wo sind die Männer? Einige sind nicht über ihre Geschlecht und nicht ganz im Klam. Männer, wir hoffen, dass ihr uns in dieser schwierigen Phase unseres künstlerischen Schaffens nicht hängen lassen. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass ihr euch nicht verstellen müsst. Denn wir Männer, wir ticken ja auch ganz anders als die Frauen. Alles was wir tun, das hat die Natur bereits vorher für uns vorbereitet. Das heißt, wir reagieren nur. Wir agieren nicht. Deswegen Männer, ihr müsst euch nicht verstellen. Ein einfaches Geräusch, völlig natürlich, kommt von ganz tief hier unten. Und setzt eine sehr ursprüngliche Energie frei. Es geht um ein einfaches... So, sein wir hausend. Jetzt geht es um die Wurzeln, die Männer bei drei und... Eins, zwei, drei. Das kommt eben sofort. Und da ist eben der Unterschied. Den Frauen, der ich zehnmal akzeptieren, macht die Hälfte nicht fit. Und da über die Männer sofort... Zack! Männer, ich bin sehr stolz auf euch. Gleich nochmal. Achtung! Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Wir sind in der Spaß. Ich glaube, es geht nicht gut. Ich glaube, es geht nicht gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017